Moin, herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Folge Momo Doria Und ja, wir messen uns jetzt hier Oh, neue Gegner Okay, hier geht's runter Ein Herz nochmal aufgesammelt, da kommt was von oben Okay Da war wahrscheinlich in der Grube ist Geht auch nur nach links weiter Ich werde jetzt da sehr drauf Acht geben Sehr drauf Acht geben, ob es noch andere Wege gibt Ich weiß gar nicht, die Startpunkte sind das Böse Das ist wahrscheinlich genau die Idee gewesen dahinter So, na komm Na komm Oh, Sakralotzer Okay, der kann nur gerade ausschießen Das ist so angenehmer als Die Truller Wir gehen erstmal nach oben Gucken mal, ob es da noch irgendwas gibt Oh, Alter Das zockt ja viel So Hier gibt's auch einen Weg Lang nach oben Na Na doch Wir gehen jetzt erstmal hier Wow 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 Okay, da unten können wir speichern Alles klar Lebensfragment Das ist schon mal nicht schlecht Speichern ist immer gut Einmal speichern Wie kann ich behilflich sein Ähm Ruft Aktiv Ruft Schütze Eine dunkle Zauberei herbei Warte, wie war es da nochmal Achso, aktiv Müsst du mal Aktivieren Äh Schnelle Pfeile Erhöht Pfeilgeschwindigkeit Trastisch Das finde ich gut Passiv Feuerschaden Heilige Scheiße Aber ich würde sagen Wir kommen schnelle Pfeile Und Rüsten das gleich mal aus Ähm 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 Nö Nehmen wir das Machen Schnelle Pfeile Alter Okay Ich dachte Die sieht man gar nicht mehr So schnell sind die Krass Okay Beten wir einmal Und dann Gucken wir einmal Was ist hier Öffnet sich von dieser Seite nicht Dann gehen wir nochmal zurück Oder beziehungsweise links Würde ich behaupten Jaja Äh Passiert, ne So Weil es sieht ja ganz danach aus Oh Ey Beinah Augenblick nicht reingelaufen Oh ne Okay, okay Äh Noch ein bisschen Concentration Das ist irgendwie Bin ich gerade ein bisschen Unaufmerksam Wie ihr merkt Okay Einmal die Tore Atmen Ich weiß nicht Ich bin irgendwie So euphorisch Gerade bei dem Spiel So irgendwie Ja Und super Und geil Was hat mich da gerade getötet Wir haben hier abgespeichert Alles gut Alles gut So Okay Das haben wir besiegt Wie kommen wir denn da oben dran Diese Plattform auch nicht Die war zu hoch Also bist du Mit der Katze Glaube ich auch nicht Hier irgendwas kaputt schlagen Aber man kann von oben anscheinend runterkommen Naja gut Dann warten wir nochmal Gehen hier runter Ah shit Das sind diese Vögelchen Machen wir den erst mal platt Nehmen etwas im Leben Ich brauche hier nicht so geizen So Hier Sie platt gemacht Und hier unten lang Ah Hätten wir uns sparen können Oder was Was Dann gehen wir hier als Katze Einmal hin Zack Was erzählen die so Rede Jetzt reden sie nicht mehr Pass auf Wir machen das jetzt so Weil wir haben vielleicht Ein Gespräch getriggert Als wir reingekommen sind Rennen gleich Runter Und Vergangenheit Schätze die woanders Gelagert werden Keine Ahnung Okay wir sprechen Ups Ah wer bist du Nicht mal aus dem südlichen Provinz Du hast eine Einzigartige Aura Um dich herum Bitte Bleib hier bei uns Es ist viel sicherer hier Obwohl Es scheint als würdest du hier zurecht kommen Dieses Gebäude ist verdorben Einst war es ein Haus Das die schönsten Künste präsentierte Aber jetzt ist ein Ort voller Ungestalten Und dem Untergang geweiht Ich bin froh dass du uns gefunden hast Wir verstecken uns schon seit vielen Monaten Komplett allein Der Tod könnte jeden Tag kommen Jede Minute Keiner von uns weiß Wie viel Zeit wir noch haben Das ist der Grund Warum wir jeden Tag so genießen Als wäre er unser letzter Dieses Gebäude ist verdorben Ja 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 Sagt er noch was anderes Soll er von der anderen Seite kommen Glaubt wahrscheinlich nicht oder Ah wer bist du Wie immer das südliche Ah ja okay Gut oder doch Alles gut Manchmal Ist es leer? Prüfen Ist mir das irgendwas getriggert? Nee Einfach nur Schöne Melodie anscheinend Keine Ahnung Also gehen wir da hin wo wir eben waren Und Vergeht nochmal mit ihm Hat hier was verändert? Nö Hier kommen wir ja nicht durch Weil wir Weil sie sich da versteckt haben Macht jetzt auch wieder Sinn So Wieder zurückverwandeln Okay Und dann wieder hoch Und dann wieder hoch Und dann wieder hoch Und dann wieder hoch Gehe Stimmt ja Ihr wisst schon Diesen Sprungweg Wo ich halt immer Wohin Ein bisschen Oft gestorben bin Aber Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Ja Speichern Kommen wir hier hoch Ach ne Ich hätte einfach auch durchspringen können Okay Ich habe das Gefühl Ich hätte irgendwas vergessen Was ich machen wollte Ich weiß es nicht Aber wir gehen einfach mal hier lang Wir haben schon 70% der Karte Das ist ein gutes Zeichen Na komm 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 Ich sehe irgendwie Ich habe mich das nicht gesehen Dass man hier Rutspringen kann Ja das alles in Ordnung Wow Das Bild Okay Es geht nach Na Kann man hier auch eine Wand durchschlagen Nee Scheint nicht der Fall zu sein Aha Wenn man von der anderen Seite lang kommt Ja okay Alles klar Das Bild So Und Nach oben Und nach links Können wir Wir gehen aber mal nach links Oh Gott Oh Gott Oh Gott Okay Ich dachte Das wäre schlimmer Ich habe gedacht Die würden einen auch noch verfolgen Dann wäre natürlich den Speicherpunkt sehr cool Und Speicherpunkt Aber es ist schwerer abzuschätzen Jetzt wo die Pfeile Wo man die Pfeile nicht mehr sieht Wie die Pfeile genau fliegen Also wie man dann springen muss Aber schon geil Jetzt hätte ich noch 1000 Für diese Feuerpfeile Das wäre der Hammer So Einmal kurz aufladen Wenn wir jetzt zurückkommen Ist ja alles verseucht Speichern Ich würde so gern speichern Bitte Ein Speicherpunkt Oh Mann Genau sowas hat nicht passiert Einmal Leben wieder voll Hoch Geht nicht nach links Oder so Okay Was ist denn das hier Okay Einmal nach rechts Wow Achso Das waren meine eigenen Attacken Keine Ahnung Irgendetwas hat sich geöffnet Oben vielleicht Scheint so Scheint so Oh fuck Nicht 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 Okay Okay Machen wir es erstmal so langsam In Ruhe Hm Hm Oh nee Wir haben irgendwo haben wir einen Speicherpunkt Übersehen Übersehen Würde ich behaupten So Jetzt können wir schon ein bisschen hier den Weg So Den auch noch glatt Die Pfeiler hatte ich schon gekauft Das hier noch Einsammeln Sehr gut Haben wir auch Es geht also ein bisschen schneller Wenn man es schon ein bisschen kennt Ich wünsche das hier so ein bisschen Ja 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 Alles klar Nur Zack Mal ein bisschen Leben pushen Ran gehen So Hier hoch Wir Machen Jetzt Den Katzen Was soll denn hier sein Irgendwas Irgendwas muss Oh Wala Irgendwas muss ja hier sein Also schauen wir mal Ah cool Können wir von hier Na komm nur mal ein Stück her Ne geht nicht Aber das heißt wir können die hier ein bisschen Als Katze sollte er uns eigentlich nicht treffen Ah ok Einen Käfer gefunden Nur gut Mehr nicht oder was Ah Wir können ihn auch besiegen Alles klar Können wir da ins Loch Wahrscheinlich nicht Ne So Dann wieder runter Ich würde echt gerne speichern Aber es muss ja wohl Speicherpunkt kommen Irgendwann Hm Die Frage ist Ob wir jetzt hoch Oder nach rechts gehen Weiter Wir gehen Wir gehen Wir gehen diesmal nach rechts Wir verwanden uns wieder Oh hier können wir runterspringen Nehme ich an Oder Ah sind wir tot Oder leben wir ja noch Hier gibt es einen Weg runter Hier geht es auch hoch Ah komm wir müssen Irgendweg müssen wir ja gehen Ah das war knapp So Okay Ich stehe wenn ich ein bisschen angespannt bin Ich will nicht unbedingt sterben Okay wir haben nochmal was gesammelt Versiegelter Wind erhalten Oh Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Da wo die Dings Eigentlich würde ich gerne probieren Ob das was hier einbricht Ob man hier weiterkommt Nein Wir kommen einen anderen Weg Und werden wahrscheinlich irgendwo zurück Oh ne Das will ich doch gar nicht Na gut Bleibt uns halt jetzt anderes übrig Als hier jetzt den Weg zu gehen Halt 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 Da konnten wir auch noch runter Wie soll das denn gehen Ob ich soll mir denn hier runter kommen können Achso Ja der andere Ja okay alles klar Jetzt verstehe ich So Nein bin ich dumm Bin ich dumm Ich habe nur drauf geachtet Scheiße Ja gut Da müssen wir durch Oder Beziehungsweise Gucken wir jetzt Wir machen das jetzt immer ein bisschen anders Ich laufe Klar laufe ich hier nochmal rein Und hole mir das Ding Aber Wir gucken vorher auf der anderen Seite Jetzt Ihr werdet das schon mitbringen So Das ist das das Da unten geht es nicht weiter So Das ist ja ärgerlich Hä Nicht übermütig werden Och Sag Sag Das gibt es ja auch nicht Ja mei Komm Wollen wir nochmal Runter So hoch Den erledigen Hier links Dieses Fragmentteil holen Äh Na komm Einmal hinlaufen Kepa Und wir zurück Katze Ja Zack Einmal zurück verwandeln Wieder aufs Leben Und dann gehen wir hier hoch Oh nein Sorry Wir resetten das ganze einmal Und Wir resetten das einmal Das ganze Ach Das fährt automatisch hoch Inzwischen schon Okay Nein Nimm ich mit Jetzt wo die Pfeile schneller Fliegen Kriege ich es nicht hin Oder was Zu treffen Ja Doch Jetzt haben wir es So Und dann gehen wir nämlich hier oben weiter Und schauen mal was hier kommt Der fährt Den kriegen wir auch platt Okay Noch weiter nach links Speicher bitte Ach das war das hier Ja Okay Runter konnten Und weiter nach links So einmal leben Ein totenkopf Pulven Der Schädel scheint zu lachen Der Schädel scheint zu lachen Das ist hier Der Schädel scheint zu lachen Na gut Dann da hinten runter Okay Wow Leute 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 Okay So was wie Mehrere Gegner Ebenen Oder was Aber gut Machen wir das Boah Den habe ich nicht gesehen Ich habe schon wieder Nach unten geguckt Was da abgeht Was ist hier Können wir uns als Katze Hier irgendwie Gehen Nee Alles gut Okay Alles gut Na komm Na komm So Okay Hier weiter Hier Ach man So Das Bild Schwarz Schwarz Wartet, 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 wartet. Gehe ich runter und speichern? Komm, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Oh, Gottes Willen. Oh, danke. Danke, danke, danke. Okay. Jetzt gehen wir hoch und machen den anderen Weg, den wir da machen wollten. Oh. Wenn ich mich nicht zu dumm anstelle, aber jetzt haben wir halt diese Folge sehr viel irgendwie das Gleiche gesehen. Aber das gehört dazu, würde ich sagen. Ich bin zu ungeduldig. Ich fühle mich jetzt zu mächtig. Vorhin hatte ich immer noch Respekt und so. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so ist. Ich so, ja, okay, das passt schon. Da kriege ich schon immer hin. Ich glaube, der Endgegner, den wir eben gemacht haben. Das heißt eben, die schwarze Trulla, die wir als Endgegner gemacht haben. Das war nicht gut. Oder vielleicht einfach, weil es neue Gegner ist. Da muss man sich vielleicht Tatsache drauf einstellen. Kann auch sein. Ich weiß nicht mehr, was gab es denn da hinten? Hier oben gab es da nicht irgendwas? Fahren wir da schon durch? Ja, hier gab es etwas. Versiegelter. Genau, das brauchten wir. Und dann ging es runter. Äh, genau. Hier runter. Ja. Nur um sicher zu gehen. Okay. Das haben wir. Da oben haben wir nichts vergessen. So, das ist auch alles klar. Weil hier unten geht es da weiter. Okay. Hier bin ich letztens gestorben, ne? Genau, als ich versucht habe, voll bedeppert das Ding da oben kaputt zu machen. Alles klar. Was ich eigentlich hätte nicht machen müssen. Speichern wäre cool. Speichern wäre sehr cool. Ah, jetzt kommen wir von der Seite. Also gibt es Tatsache keinen Speicherpunkt oder hätten wir nur irgendwas erledigt? Ah, ich dachte, ich schieß da. Irgendwas getroffen. Ja, okay. Alles gut. Nur vorsichtig sein. Ich habe jetzt nicht echt keinen Bock und hier sicherlich auch nicht nochmal diesen ganzen Weg zu laufen. So. Oh Gott. Die war ja immer fürchterlich. Okay. Das war gut, dass wir schon aufgeladen hatten. Gibt es hier irgendwas? Ach, da hätten wir uns einfach rein googeln können wahrscheinlich. Genau, über uns war das haben wir von oben gesehen. So, jetzt einfach links. So, diese ganzen Viecher. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, okay. Nochmal runter. Ich lade nochmal auf. Sicher ist sicher. Aber das war dumm. Aber hier links müssen wir jetzt speichern können, ne? Ja. Uh. Nochmal sicher speichern. Okay. War ein bisschen anstrengend wie vor. Ich weiß. Aber ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier und nächsten Folge wird es schon wieder besser. Also, seid für den nächsten Mal dabei. Ich würde mich freuen. Ciao, ciao. Ja. Oder? Ja. 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 Tsch79.